hallo heute geht das zwölfte türchen für dich auf wir sind über den dächern der stadt sonthofen in der stadt bücherei und ich habe dir auch heute ein märchen mitgebracht diesmal kommt mein märchen aus haiti ganz weit hinter dem atlantischen ozean liegt haiti im meer ist eine insel es war einmal es war einmal eine frau schön war sie langes dunkles hatte sie dass ihr bis zur hüfte herab reichte und hinter ihrem haus da sammelten die bienen für sie den feinsten honig am ende des sommers da hatte sie zwei große krüge voll mit honig einen behielt sie für sich selbst und den anderen den trug sie auf den markt um ihn zu verkaufen sie nahm den topf mit dem honig also auf ihren kopf und sie machte sich auf den weg und wie sie so ging sangen sie dabei war war die kia ruhe kabari mama und sah die wurzeln ich die über den weg wuchs stolperte und der topf der fiel von ihrem kopf herunter und schlug auf einem stein auf und zerbrach der honig lief auf den waldboden und sie rief so ein unglück so ein unglück so ein unglück und schließlich ließ sie den topf und den honig wo er war denn da war nichts mehr zu retten und ging nach hause nicht weit entfernt wo das passiert war auf einem baum da saß ein affe und der kam vom baum herunter er steckte seinen finger in den honig kostete und rief dieses unglück schmeckt gut er aß alles auf und als er den letzten finger abgeschleckt hatte da hatte er nur einen einzigen gedanken ich will mehr unglück was hat die frau gesagt wird das unglück herkommt papa gott der kleine affe kannte einen baum der hoch hoch in den himmel hinauf wuchs dort lief er hin und er kletterte und 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 kletterte da kam er über die wolken und da oben auf einer wolke saß in aller seelenruhe papa gott kleiner affe was willst du denn papa gott ich will unglück ich will unglück du willst unglück bist du dir sicher ja ja unglück ist süß unglück ist klebrig ich will so viel unglück wie du hast wenn du meinst also zufällig habe ich hier gerade eine ganze tasche voll mit unglück wenn du dir sicher bist dass du das haben willst ja das will ich also gut aber du musst mir eins versprechen bevor du die tasche öffnest gehst du in eine gegend wo kein mensch ist und kein tier eine wüste dann erst machst du die tasche auf das verspreche ich also gut dann kannst du sie nehmen der kleine affe nahm die tasche auf seinen rücken kletterte den baum herunter kletterte 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 und er machte es genau so wie es papa gott versprochen hatte er lief und lief und lief bis er in einer gegend war da war kein mensch und kein tier kein baum und kein strauch nichts da stellte er die tasche ab und er machte sie auf und er leckte sich schon die lippen bei dem gedanken an dass viele unglück ist süß unglück ist klebrig aber in der tasche war echtes affenunglück hunde 1 2 3 4 die sprangen aus der tasche und bellten der kleine affe rannte er rannte er rannte so schnell er nur konnte er rannte um sein leben und die hunde rannten hinter ihm her und bellten und der kleine affe glaubte schon sein letztes stündlein hätte geschlagen und es wäre aus und vorbei und da stand plötzlich mitten in der wüste ein baum und der kleine affe kletterte auf den baum und der weinsicherheit denn hunde kletter nicht auf bäume sie blieben unten und bellten und fletschten die zähne und der kleine affe saß oben im baum und war froh dass er gerettet war als es abend wurde liefen die hunde davon und spät in der nacht lief der kleine affe nach hause in den dschungel zurück aber die frage ist wie kam der baum plötzlich in die mitte der wüste und die antwort ist papa gott stellte ihn genau dort hin denn papa gott weiß dass zu viel unglück nicht gut ist auch nicht für einen kleinen affe das war das märchen für heute und morgen gibt es wieder ein märchen ich freue mich schon dich morgen wieder zu sehen das war die